Seid gegrüßt, mein Lieben Zwerge, Gnome, Hummels und eignet euch zu einem kleinen Webseiten Video vom Zwergenforst. Yay! Ich spiele mal wieder Sliverio. Was heißt mal wieder? Ich spiele es zum ersten Mal. Ich spiele mal wieder ein Webseitenvideo. Ich mache mal wieder ein Webseitenvideo und spiele mal wieder ein Online-Game. Ich würde mal sagen, los geht's einfach. Ich muss das Spiel glaube ich nicht sehr stark erklären. Es erschließt sich vielleicht auch gleich beim Spielen. Also los geht's einfach mal nahtlos mit der ersten Runde Sliverio. Ich, mit meinem Namens Zwergenfluchst LP. Ja. Ich irre hier erstmal ein bisschen durch die Gegend und ja. Ich schnaboliere hier mal ein bisschen von dem Foderre in Form von Lichtkügelchen. Oder auch nicht. Ja. Mal sehen, wann was passiert. So, ähm, hier scheint's grad nicht wirklich was los zu sein, würde ich mal sagen. Ja, ähm, ist ein bisschen leer hier in der Gegend, wo ich so mich rumtreibe. Aber ich bin schon deutlich länger geworden, wie ich gerade sehe. Scheint etwas zu bringen hier, die Rügelchen zu fressen hier. Okay, ähm, wäre mal ein bisschen spannender, wenn es hier mal in der Nähe irgendwo mal jemanden gäbe, der... Ah, da ist schon. Freundchen, Freundchen, Freundchen. Das ist Freundchen. Oranges Freundchen. Kumpel, da ist jemand. Ja. Dachchen, Dachchen. Jetzt ist er wieder weg. Ah, jetzt ist er wieder. Dachchen. Hallöchen. Nennst du erst los? Du auch hier? Auf Sliverio? Du auch für YouTube? Schub. Da, 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 da. Hier passiert nicht sonderlich viel. Die neue Single von, Spergen Fürst Lp. Hier passiert nicht sonderlich viel. Jetzt nicht erhältlich. Ich schwimme hier enther. Ich weiß nicht, ob es schwimmen ist. Oh, da ist ja schon jemand. Bin nicht mehr ganz online. Zweislichkeit. Aber ich bräuchte gerne einen dritten. Oh, hey! Ich glaube, ich muss mal damit aufhören, hier zu singen. Weil ich glaube, das geht euch heftig auf die Keks. Bitte bleibt dran, bitte bleibt dran. Wow, ist der hier groß! Scheiße, ich bin gestorben! Mist! Meine entschuldige Länge war 301. Ich bin schon ein Anfang, also ich bin bei Audio schon durchaus schlecht gekommen. Aber Spiel, ich kenne mal normal. Ich werde jedem Flux AP. Ja, das dauert hier ein bisschen, bis man... Oh, ich hab den großen gekillt! Bis man einen Erfolg hat. Wie hab ich das geschafft, den großen zu killen? Geil normal, guckt euch meine Größe an! Ich kann mich gar nicht selbst killen. Nein, nein, nein! Und ich bin gestorben. In den Kaffee. Leute, ich freu mich auf die Facecam. Die ich eventuell bald bekomme. Siehe... Ähm... Wie heißt das Video? Ich bin dann mal weg, oder so ähnlich. Ja. Ich hab mal einen kleinen gekillt. Dachchen? Ja. In der Aufnahme. Wir sollen... Wie wird man sonst noch zu gehen? Ja, am besten nicht jetzt. Wie kann ich? Nach der Aufnahme? Ja, natürlich. Ja. Warum nicht jetzt? Ich bin gerade aufnehmer. Wir müssen noch Pause. Es ist gerade schlecht. Ich bin dann ganz nett. Ja, in einer halben Stunde. Gut, mein Vater hat mich gerade gestört. Ich hoffe, ich habe das vorgespult. Oder rausgeschnitten. Ähm... Wäre nicht so toll. Ähm... So, äh... Pfff... Das ist so ein Mario Kart 7 Teil. Da, wo man irgendwie hier... hier kann man irgendwie... wieder drauf reden. Das ist... Nein! Wieso bin ich schon wieder gestorben? Maaaannn! Ein bisschen Kaffee schmecken lassen. Ne, mein FreeZoo will ich nicht spielen. Ähm... Ne. Kein Interesse. Entschuldigung. Ähm... 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 Ja, was kann man denn Real Talk reden? Ähm... Pfff... Habt ihr eine Idee? Ich habe so gerade nichts Anliegendes. Sonst würde ich Drachen... Ähm... Quatsch... Ähm... Zwergenfürst... News machen. Also... Warf-News machen. Das klingt ein bisschen ähnlich wie Drachen. Ja, ähm... Zwergenfürst... Warf-News machen. Ja, ähm... Ich nix. Gibt's nix zu Real Talken. Ähm... So... Ich bin auf Griechenerfahrt. Ähm... Ich kann euch also eure Fragen und Kommentare nicht beantworten. Nicht darauf reagieren. Ähm... Genießt die Zeit. Tja... In der ich keine blöden Kommentare abgebe. Unter die... Ja... Da hoffe ich mal, dass ich gesund und mutiere aus... Und... Lebendig aus... Da meine Fahrt zurückkomme nach... Deutschland. Ja... Ansonsten war das hier... Vermutlich einer der letzten... Slow-Yo-Parts. Ja... War mir wie immer eine Ehre für euch... Slow-Yo gespielt zu haben. Naja... Ähm... Ob das so eine Ehre ist, Slow-Yo zu spielen... Das ist noch nicht ganz raus, aber... Yay! Den Kleingepacket! Und wir haben einen ersten Erfolg... Oh! Und Stermlich selbst, das ist... Mhhh... Käffchen... Muss man sich auch mal gönnen... 100,7... Ja... Ich hatte schon 300... Ich mag das Spiel nicht so wirklich, das ist... Das macht mir nicht so einen Spaß, das ist... Ein bisschen... Ein bisschen... Ja... Es ist so ein bisschen... Phlegmatiker-Game... Wenn ich das mal so sagen darf... Ich meine, wenn man den ganzen Leben nach einem langen Tag Zeit hat, und nichts besseres zu tun hat, dann kann man sich hier gerne vor so eine... Debris-Schwarze Wand setzen... Und dann mal ein bisschen... Mit dem Würmchen hier... Rumwuseln... Aber... Na gut... Also so mein Ding ist es nicht... Zudem habe ich auch... Nicht wirklich die Zeit dafür, so was zu machen... Ähm... Ja... Ich muss gerade mal heraus sagen, das ist... Ist nicht so mein Ding... Ich hätte gerne mal ein bisschen Spannung... Action... Gerade heraus mal... Ein bisschen Abwechslung... Keine Ahnung... Eigentlich was aus... Ja und was... Okay... Also entweder jetzt ausprobieren... Und alles klären... Okay... Man sollte hier nur noch... Aber du ähm... Äh... Du verpasst hier nichts... Ja... Du ähm... Man verpasst hier nicht wirklich was... Wenn man... Musik, falls jemand erkennt... Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So, dann bin ich mal neulichstens mal irgendwann, wo war, mal gestorben, als ich gerade nicht hingeguckt habe. Tellen wir gleich mal hier ein bisschen den Dings hier. Glorio, ich will nämlich noch mal ganz kurz eine Runde wahrgehen. Ich hoffe, ich finde da spannende Musik im Hintergrund. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Was war, was, 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 was war, was, was, das. Kacke. Jetzt bin ich traumatisiert von diesem Spiel. Ja, äh, ja, ich bin halt nicht so gut in dem Spiel, ähm, ja, dann würde ich mal sagen, ähm, ja, das war dann das letzte Mal in meinem Leben, dass ich, äh, Slyroo gespielt habe, ja, meine Leute, ähm, ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich lustig ist, als Let's Play, für ein Part, hm, wenigstens mal was, aber, ach, ja, hm, ist nicht wirklich lustig als Let's Play, das ist, dann wird doch irgendwann ein bisschen langweilig, ähm, ja, könnte mich mal, dann würde ich mal sagen, könnte mich mal jemand hier fressen, ähm, weil ich würde jetzt gleich mal direkt mal Schluss machen, das ist, ja, das gibt mir keinen Sinn mehr, ja, dann sage ich, gebt diesem Video einen Daumen hoch, sollte es euch gefallen haben, ja, wieso sollte es euch gefallen haben, das ist, das ist, ja, es ist, das macht vielleicht zum Spiel, äh, ja, es macht nicht jetzt zum Spielen Spaß, das ist, ne, weiß nicht, wer auf sowas steht, aber, ähm, ja, gut, wenn ihr drauf steht, könnt ihr spielen, könnt ihr auch mal beim Let's Play gucken, ja, Spaß daran haben, wie ich hier verrecke, ähm, ich stehe nicht drauf, ja, solltet ihr trotzdem drauf stehen, ja, gebt diesem Video einen Daumen hoch, ja, ich wüsste, ich wüsste keinen Grund, warum man diesem Video jetzt einen Daumen hoch geben sollte, ja, ich bin schon wieder verreckt, ähm, haltet es wie ein Dachdecker, das ist, könnte halten wie ein Dachdecker, oder wie ein Klempner, wie ich so gerne bei Mario-Spielen sage, sage, so, ähm, abonniert meinen Channel auf jeden Fall, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid, und ja, kein weiteres Slither.io Let's Play verpassen wollt, äh, also, lässt es bleiben, oder was? Egal, ähm, ist garantiert kostenlos, also, falls ich das noch nirgendwo mal gesagt habe, ähm, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag, ja, würd dann auch mal sagen, guten Abend, ja, es ist dann auch schon soweit, mal Schluss zu machen, ähm, bis denne, und ciao, ciao, adios, ich ras hier gleich mal in den Großen rein, und, ja, bis zum nächsten Mal. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.